Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine solche Lieferbestätigung ist für den Früchteeinkäufer von Coop das Resultat von sehr, sehr langen Verhandlungen. Und für Sie bedeutet es ganz einfach, ernten frische Eppbeeren zu den tiefsten Tagespreisen. Sie sind also heute geerntet in den sonnigen Eppbeerenfeldern und morgen schon in Ihrem Coopladen. Frischer geht es wirklich nicht mehr. Jetzt haben wir Ihnen noch einen glatten Serviettipp, wie man nämlich die Schönheit dieser Frucht besonders geniessen kann. Schichten Sie die gewaschene und abgetrocknete Eppbeeren z.B. so pyramidenförmig auf, Sie sehen, mit dem grünen nach oben. Und dann kann man schon ganz herzhaft zugreifen. Man taucht so ein Eppbeeren in geschwungenen Niedeln hinein. Dieser Schlagrahm ist noch verfeinert mit Vanillezucker, also ein Genuss fürs Auge und für den Gaumen. Und morgen, denken Sie daran in Ihrem Coopladen, ernten frische Eppbeeren zu den tiefsten Tagespreisen. Und jetzt kommen wir zu den weiteren Coop-Aktualitäten dieser Woche. Mit diesen pflegelichten Hemmchen von Coop sind sie überall gut angezogen. Besonders aktuell sind natürlich jetzt die originellen Polo-Modelle. Die richtigen Hemmchen für das Rendezvous mit dem Sommer gibt es jetzt bei Coop zu erstaunlicher Preis. Apropos Sommer, möchten Sie schneller und intensiver braun werden? Dann nehmen Sie Sherpa Tenzing Sanddusch mit dem einmaligen Wirkstoff Colassan. Der bereitet Ihre Haut in wenigen Wochen aufs Sonnenbad vor. Sherpa Tenzing Sanddusch ist neu bei Coop. Die Beldam exklusiv Ihre Pflegelinie mit Kollagen für anspruchsvolle Hautbüte bietet Ihnen jetzt zwei Neuheiten. Die Beldam exklusiv Fürchtigkeitsemulsion, die ideale Tagespflege. Und die Beldam exklusiv Luxus Körpercreme, ideal nach dem Baden und dem Duschen. Coop leistet einen neuen Beitrag zur Türiksbekämpfung. Achtet Sie auf das einmalige Angebot für Vorzugsbutter. Die Coop-Extraktion von morgen bis am Samstag. Und hier noch eine erfreuliche Mitteilung an Thuner und Berner Oberländer. Beim Coop Heim und Hobby in Thun-Dürenast gibt es jetzt neu die gemütliche Coop-Cafeteria Santos. Ja, und jetzt schalten wir rüber in die Küche zum Coop-Rezept der Woche. Grüezi miteinander. Etwas Leichts mit viel Vitamin C ist das fix fertige Coop-Bichermüsli. Und dass Ihr Bechermüsli besonders frisch und abwechslungsreich wird, dafür ist gut gesorgt in Ihrem Coop-Laden mit der grossen Auswahl an frischen Früchten. Das fix fertige Bechermüsli kann man auf verschiedene Arten anrühren. Mit Joghurt-Natur oder Früchtenjoghurt. Mit Vollmilch, Milchtrink oder Buttermilch. Und dann besonders vitaminreich mit Orangen- oder Gräbfruhtsaft. Dazu der Saft von 1 bis 2 Zitronen. Nach Belieben können Sie Ihr Bechermüsli mit geschlagenem Rahm oder Halbrahm verfeinern. Und dann profitieren wir natürlich vom Angebot der ersten billigen Erdbeere. Diese und noch viele andere Tipps finden Sie für Ihr Bechermüsli in der Coop-Zeitung dieser Woche. Einen guten Miteinander. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mittwoch. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop panierte Dorschtfilet Goldstarr 400g statt 4,20 nur 3,20. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Coop-Sirup, jede Literflasche jetzt 50 Rappen günstiger. Bananen, das Kilo nur 1,90. Und das ist Coop-Extraktion vom Donnerstag bis am Samstag. 200g Vorzugsbutter statt 3,5 nur 2,60. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt Damenstrumpfhose Pratik, 3 Paar für nur 4,50. Und Damenchnüstrümpfe in verschiedenen Modefarben, 3 Paar nur 2,50. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017